Moin Leute, herzlich willkommen. Danke fürs Einschalten. Wir spielen heute Dead by Daylight und du hast zum Beispiel jetzt gar keine Erfahrung, was das ist, ne? Ne. Gut, pass auf. Ich hab nämlich einen der besten, der besten, der besten zugeguckt. Ähm, weil ich hab's selber auch noch nicht gezockt. Es geht darum, es gibt vier Überlebende und du musst immer zu Generatoren. Du musst Generatoren finden und musst die reparieren. Ja, genau. Dann kommt immer so eine Skala und du musst quasi immer, ähm, punktgenau die Maus tippen. Wenn du, äh, wenn genug Generatoren repariert sind, können wir eine Tür öffnen, um den Mörder zu entkommen. Ah, toll. Äh. Da kommen wir nicht weit. Ne, es läuft also immer ein Mörder rum. Ich hab jetzt, wir versuchen einmal, ich hab jetzt hier, äh, unsere Party als Zweier gemacht. Ich weiß nicht, ob das im Spiel immer noch so ist, dass wir nur zwei Leute sind. Höchstwahrscheinlich spielen wir mit zwei Fremden, weil, ähm, es sind eigentlich keine Bots, soweit ich weiß. Und, ja, ich würd sagen, wir gucken einfach mal rein und gucken, was passiert. Das hasse ich immer, ey, wenn da andere mitspielen. Die hörst du doch gar nicht. Ist mir egal, mag ich trotzdem nicht, weil ich muss mit denen ein Team spielen. Menschenfreund. Ah. Äh, ich glaub, du musst unten rechts auch auf Ready drücken. Jo. Jetzt guckt er nach dem Mitch. Ah, ja. So. Das Ganze ist, äh, Third Person. Das heißt, kannst du auf Deutsch reden mit mir? Dritte Person. Okay, also, du hockst dich hin mit STRG. Also, Steuerung. Nee. Okay. Ich verbrenne, kann ich mir hier irgendwas nehmen? Oder so? Ähm, du kannst, ich glaub, du kannst dir Kisten suchen. Alter, ich bin so richtig nubig. Ich, ich, ich seh die anderen, ich hab die anderen beiden gesehen. Äh, vielleicht ist der Killer bei dir in der Nähe. Was ist das? Hier ist eine Tür oder so. Nee, ich geh hier weg. Du musst halt einen Generator finden, ne? Was heißt denn Space und so? Was ist das? Space ist Leertaste. Bist du das? Was denn? Da ist einer gelaufen. Wenn der so ein rotes Licht hat, das ist meistens... Oh, ich geh, ich geh zu den beiden, du, das ist der Killer. Ich geh zu den beiden Dudes und versuch mal mein Glück. Ich hab keine Ahnung, wie... Kann den... Sorry. Killer kommt. Killer kommt. Ich hab' ich mich erschrocken. Was war dein Fahndmann? Nee, du kannst dich bitte nicht hingucken. Was ist nix für dich? Komm mal weg. Er hat mich nicht gesehen. Nein, ich war ja schon an einem. Er hat dann irgendwen anders gejagt. Aua. Ein... Ein Generator ist fertig. Glücklicherweise haben wir das Tutorial gespielt und wissen genau, was wir tun. Okay, einer hängt am Haken. Er hat dich... Warst du genau da? Ja. Ich bin bei dem Generator. Ah, ich hab dich gerade gesehen. Er läuft dir hinterher. Scheiße. Nein, komm. Ich bin tot. Ich sag's doch immer wieder. Ja, wir retten dich gleich. Kann mich selber retten. Sein Ernst? Du hängst am Haken. Wieso? Okay, du bist gar nicht so weit weg. Hallo, was wollt ihr denn jetzt alle hier? Siehst du... Kommen die anderen Beinen zu dir? Nein, ich mein die Kinder. Achso. Nicht hier hingucken. Geht ins Bett. Geht ihr jetzt bitte ins Bett, Ed? Was ist das? Hier ist ein Zombie. Ja, Papa kommt gleich. Ich hab... Ich weiß nicht mehr, wo du hängst. Ich hab mich selber befreit. Wow, ich such dich die ganze Zeit. Ich glaub das ist alles. Ja, was ist das denn, ey? Was heißt denn Space? Ja, ich bin voll der Profi. Ich muss die Taste loslassen oder was? Ich kapiere das nicht. Der Killer ist bei mir. Ich hab' ihn zu spät mitbekommen. 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 Ach, leck mich doch rein. Dankeschön. Warte, bleib gleich stehen. Ich heile dich. Ich höre doch schon wieder den Killer. Oh, das war knapp. Ah nein, ich bin ihm voll ins Gesicht gelaufen. Ich kapiere immer noch nicht, wie ich den Gen repariere. Nein, ach komm, Buddy, gib mir eine Chance. Ich habe mich versteckt, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Gen mache. Das ist ja jetzt doof. Was? Nein. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was kann ich tun, um das aufzuhalten? Was kann ich tun, um das aufzuhalten? Was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Danke. Das kann ich. Das kann ich. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh mein Gott, ich glaube, ich verblute. Oh, ich komme ja auch nicht mehr weiter, ey. Okay, einer liegt da hinten und einen hat er eben auch gehoben, aber ich weiß nicht, wo er ihn hinhängt. Okay, ich gucke mal, ob ich den retten kann. Alleine schaffe ich das eh nicht und ich habe keine Ahnung, wie man den Gen repariert. Ich heile hier noch jemanden. Ich hoffe, ich brauche nicht... Oh. Ah, ja, jetzt habe ich es geraffelt. Ich muss die leer... Es tut mir so leid. Ich habe eben erst kapiert, wie es... Ich glaube, der Zombie sagt ihm, wo ich bin. Ich habe hier nichts zum Umschmeißen. Wow, 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 wow. Bitte, gib mir eine Chance, gib mir eine Chance, gib mir eine Chance. Alter, ich kriege richtig Herz, Kasper. Dieser Nervenkitzel. Ich bin vor ihm weggelaufen. Scheiße. Okay, er hat mich gesehen. Nein. Nein. Warum? Bitte nicht aufhängt. Ich habe schon zweimal gehangen. Ich bin ein Brot. Bitte. Gib mir eine Chance. Komm schon. Sei ein Kumpel. Let me go. Okay, mich hat es zerrissen. Ich bin tot. Absoluter Pro-Gamer. Ich muss das Spiel auf jeden Fall ein bisschen leiser machen. Das ist mega laut. Danke dafür. Du kriegst da immer noch so vor dir hin. Ja, ich komme ja nicht hoch. Kannst du dich nicht aufheben? Nein. Ich muss Hilfe suchen. Aber ich weiß jetzt, ich weiß jetzt, wie ich den... Hier, da kommt einer. Okay, hat sich erledigt. Ja, mach doch mit deiner Frasche. Die wollte, dass du zu ihr kommst. Ich habe die Alte gerettet. Ich habe das halt überhaupt nicht gerafft mit der Leertaste. Boah, Alter, mir platzen die Ohren. Okay. Nummer drei ist tot. Wenn du auf Spectate drückst, kannst du dir den anderen zugucken. Ah, guck mal. Der hat hier schon irgendwelche Perks unten rechts. Schade, Leute. Tja. Und wechsle ich dann den, den ich zukommen kann. Achso, alle tot. Okay, das war eine sehr erfolgreiche erste Runde. Dead by Daylight. Also ich fand es geil. Aber ich, ja, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das raffe. Also ich habe ja schon Folgen gesehen. Erstmal, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir versuchen uns hier noch ein bisschen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.